Willkommen zu einem neuen Video, heute mal mit meinen Freunden, also mit meinem Bruder und mit meinem Cousin Edwin und mit dem lieben Alex. Edwin willst du auch was sagen, Alter? Nee, gar nichts. Alex, du bist ein Arsch. Ah, deswegen ist er auch schon tot. Ey, ja, okay, Artur. Jetzt spielen wir ganz normal. Okay, wir haben jetzt, wir haben ganz bisschen vorgebaut, deswegen wundert euch nicht, wenn hier was schon ist. Wir haben nur ganz bisschen gefahren. Wir können euch aber schon mal sagen, dass wir das gerade wirklich in den ersten 10 Minuten gebaut haben. 10 Minuten. Okay, los. Hier ist nichts drin. Beweis, ich habe gar nichts in den Avatar. Lässt ihr mal meine Probe in Ruhe? Ich brauche nur 16 Stein. Achso, ich bräuchte nur den Stein für zwei Ofen. Okay, Leute, ich gehe Eisen fahren. Sonst könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich habe mir eine Höhle gebaut. Alle, du jagst nicht mein Haus hin, bloß. Wie auf den anderen allen Server. Ja, okay. Ihr könnt Holzfamm, ich suche Minen, wo wir... Ich habe bei meinem Freund eine Schlucht gefunden und die war, wie soll ich sagen, genau neben unserem Haus. Naja, kann man nicht so sagen, aber... Wir haben auch schon mal eine Schlucht gefunden, die war direkt in der Sonne. Läuft. War viel besser. Also, wir sind so halb... Alter, ich habe Schafe gefunden und du sagst, ein Schaf ist auf dem Baum? Was glaubst du, dass ich da nur noch eins gelassen habe? Was ist das für ein Feld? Alter, was du, dass ich da nur noch ein Schaf gelassen habe? Ich bin da nicht rangekommen. Junge, hier... Ich habe drei Schafe gleich gekillt, warte. Nein, es hat zu viel Lammfleisch gefloppt. Vier Stück habe ich jetzt. Okay, ich reise um die Welt und wenn ich wiederkommen soll, Alex, mach mal TPA. Ne, TPA. Na ja, okay, dann laufe ich zurück. Ich werde sterben. Ich werde sterben, weil ich verleißen. Schießen. Schießen. Ja, ja, ich laufe mal in die Welt. Was glaubst du, was ich mache? In die Welt laufen. Junge, was das für ein Leck? Ja, das hat auch kurz geleckt. Ich schaue. Zehn Minuten, weißt du? Alex, kurz als zehn Minuten, weißt du? Genau. Lass mein Dorf bauen. Sehr erst. Was ist... Was würdet ihr denn bauen? Ein Haus. Aus? Aus sein Haus. Ein Feld. Ja, okay, okay, dann machen wir einen Campingplatz. Noch? Was abtunnelst. Ja, du weißt was, wir machen aus Vollblöcken, Zelt und Reisen um die ganze Welt. Okay, man, lass uns mal machen. Lass mal machen, ey, lass mal machen. Lass mal machen. Und dann bauen wir uns ein... App. Hey, das wäre wirklich von einem Netzprojekt, dann äh, holst du mir uns bei Pferde. Reihen bis zum, äh,dings bis zu dieser Maure. Ich will das essen. das kommt auch nicht war so aber er heißt er hat sich abwarten für gefunden er hat jemand nicht wirklich dass ich bin jetzt mein ganzes Haus wieder ab bauen soll nein kannst du so behalten wenn es dir so gefällt ich baue das ganz ab dann mach ich den Wald hier weg was ist das für ein Fail ich dachte nein weißt du ich dachte das wäre nicht dein Ernst ein paar items liegen einfach so da rum sag ich nur ne hab eine Höhle geformt und ich bin keine Ahnung wie viel gelaufen nein ich bin eisen gelaufen das ist und es ist ein Block weiter bei mir leckst du richtig ich höre ich mir sehr richtig schlecht in sein das war ja war keine Ahnung was bei dir los ist auch so ja alles ist ein Koffer e e wenn jetzt der Koffer hat schon wieder gefunden die Kampi du kannst daraus auch hier aus vier Granit ganz ein Block aus Karni Klobbach also in der Glocken an das ist scheiße naja ja ist ein man kann auch ich brauch das nicht was soll ich jetzt sterben wow mega knapp 4 Blöcke noch und schwere naja 2 mal hätte ich jetzt Eisen also hätte ich jetzt eine ganze Eisen ich hab Gold gefunden hier schon Redstone und wenn ich Diamanten finde und es nicht abbauen kann ja Eisen und ich habe das Gelächter schnell Kohle 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 ich brauche mich jetzt einfach irgendwo hin ich habe einen Spawner gefunden oh komm bitte ich brauche ich habe einen Spawner gefunden oh komm bitte ich brauche t t t t t t ja mein Ernst t t nein ich bin gestorben weil die Skeletzen t Karte soll es endlich t t t t t ok dann sammle ich's nicht auf t 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 ja das ist umsonst Junge ok ich gebe dir dein Holz zurück wenn ich es hätte wenn ich hätte hast du mir zugehört hätte hätte ja also wieso hast du sein hätte hätte Fachkette gesagt Junge m was machst du da für ein Scheiß Alex Dank für die Pflaster krieg ich mein Eisen wieder oder hast du nichts rausgenommen warum wo das kann ich auch Mann Alex okay machst du mal alles aus guck Arthur das kann ich auch warte mal geh raus geh du musst dauerhaft sterben ich töte dich hey du bist Junge das klappt Essen das war nicht geklaut ich hab's in der Mine gefunden das ist jetzt kein Scheiß ja und wo hast du es gebraten ich bin ich bin da bei mir im Haus Mann vor allem das kann man nicht praten das kein Essen Junge du bist nicht verlass die Scheiße ich hab nur das das macht dir jetzt das ganze das Pläne und ich du kannst du mir ne Steinachs geben ich hab nur das hey geh mal aus meinem Zimmer aus deinem Zimmer dein Ernst meiner ja ist okay ich hab dir nur den Eisen aus dem Ofen rein wo ist mein zweiter Ofen ey Leute kann du haust den Eisen Alex wer hat meinen Ofen geklaut nein ich war die ganze Zeit hier unten wo ist wo ist drüber gucken muss ich grad totlachen wegen einen Scheiß da waren zwei Alex Junge hast du euch getan hast du einen Ofen da ich hab den hatte ich schon die ganze Zeit aber egal nicht in deinem Zimmer man da am Berg hängen das hat Alex hingetan oder Junge Alex hat den Ofen nicht hier rein getan hier liegt er der ist abzukommen wir beide gegen ihn doch das wird gleich warte Alex du weißt dass ich die Vorteile hier hab ne nee nee doch weißt du soll ich dir wirklich sagen bist du über ah da hinten ich bin ich bin Alex du regst dich wegen gar nichts auf ach ich kenn's noch du so Hilfe Hilfe ich bin vergewaltigt haha Alex wurde von Edwin Braun 14 erschwert ja ich hatte ein Eisenschwert er hat eine Holzachse das glaubst du wie das das Ergebnis war ja kann sein es kommt ey Edwin es kommt ja auch drauf an wie viel Leben der noch hat wie viel du hast so war und sein Leben voll oder ja 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 also guck Edwin wie viel hast du ich hatte 5 jetzt hab ich nur noch die ich hab den Spawner gehört ja ich bin her schuldig okay dann ich bin er ja die 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 da können wir hier fahren da können wir hier fahren hat man gerade gelangt halt nicht so ein bisschen gesponnt und vier stück oder so hintereinander wer wird zu meinem Ort von Böde kann einfach was Mop ja Mop naja Monster fahren es auch selber na ja okay hat irgendjemand von euch einen Scherer nicht vorliegen ich habe nur sechs eisen die ganze Zeit er will ich habe sechs eisen die ganze Zeit das ist jungen der nächste so sehr ich nicht verstehe ja dann macht die eine Schere Junge du kannst einfach meinen und zwei eisen ausgeliehen das besser so der Grunde und die Projekt macht mit dem Zelt und so ist man ja okay dann machen wir ein Zelt aber wir haben keine Mopsten Moppen ich meine ich meine was wir nicht verstanden oder aber ich meine damit dass wir um hier bis zum Rand da ja okay warte wer meine Werkbank und meinen Ofen geklaut das kann nur arg gewesen sein weil ich bin hier die ganze Zeit am Abbau das ist miese Schwein ja und in deinem Haus ist auch eine Werkbank in den Ofen meine aber Alex so bist du schlecht um das alles zu finden zu finden Edwin Edwin zu finden ja man muss ja erstmal die man muss ja erstmal das Holz finden um Abbau Art und Gewächter ist mein Holz ich bin hier oben hier ja hier war das ja auch ich gehe nach oben sind da das ist so erdolten zum Hälften hier Bosch wo hast du auch gesammelt nee Kölner Traum ich hätte ich hätte 20 Eichnolz aber ich habe nur 18 oh keine Ahnung Ostern auch cool zinken ok Leute hat ja auch eine Feder und ein Buch und dann ein Buch mit Feder wo ich was reinschreiben kann ob Gesetzlinge und alles mitnehmen und jetzt Art und Kopf und nach oben da hieß heute ich nehme kurzes Zucker auf Alex eine Insel ja okay das ist meine nein das ist mein Name hab ich gerade gefunden ich bin da einfach hingelaufen denn wirklich kein Scherz habe ich immer gehackt oder überhaupt Spaß er hat sich in der Insel ja genau eine Insel geht es klar ich will nur deine ganze Insel durchnehmen wer ist denn ich meine wie soll ich das jetzt sagen andere Art von durchnehmen nein nicht das durchnehmen mit Piep Piep so ein ach du schön dass du uns auf Youtube auch noch alles aufklärst ne Du hast mich geschlagen. Das war ein Scherz. Nein, ich meinte, nur damit ich es aufklären kann. Wen willst du denn aufklären? Über was? Damit ich die Insel, also einfach das ganze Holz von der Insel wegnehme, sozusagen. Alex, durchnehme meine ich damit nicht. Ja, und du doch vor. Ja, die Insel, wie gesagt. Oh, cool, ich habe eine Ölhöhle bei Alex. Ölhöhle gefunden. Boah, ich habe eine Schlucht gefunden. Meine... Meine Schlucht. So, kindisch ist mein Cousin. Er findet eine Schlucht und sagt die ganze Zeit meine Schlucht, meine Schlucht, meine Schlucht. Wow, ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Ich kann nicht mehr Deutsch. Dann lernen. Junge, ich bin tot. Tod als totes Brot. Okay, weißt du was? Tod als totes Brot. Was finde ich? Dumm. Ja, 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 dumm. Wetter, das kommt jetzt Sie bald. Also, wer ist die Dumm mit gewesen? Okay, okay, dann lasse ich die Scheiße. Mit den Scherzen. Da fällt mir nur eins ein. Guck mal gleich in den Chat hinten. Oh, du bist ein scheiß Skelett. Ich wollte, dass mich das Skelett, also das Skelett, ja, dass er mich, das Skelett halt, mich tötet. Das darfst du nicht, dass es geht. Ja, okay, warte. Ich nehm keine andere Art. Wui. Ging in Flammen auf. Ja. Äh, wieso ist die Flammen nicht zu tun? Ja, nein, keine Ahnung. Vielleicht. Ja, genau. Nach diesem Wort hab ich genau gesucht. Ja, da musst du definitiv nochmal Deutsch lernen. Äh, okay, ich glaub für mich 30 Holz. Junge, ich auch, 31 Holz. Alex, geh aus mein Zimmer! Tato, ich hab mir 6, äh, warte, 5... Du hast mir Eisen geklaut! 5, 6 und 46. Du bist ein Arsch und ich hatte 6 Eisen, nur Pole. Nichts gegen Polen. Nur, mein Bruder ist ein nerviger Junge. Ja, er ist kein Junge. Er ist kein Junge, er ist ein Mädchen, nur so zum Auflösen, ne? Art. Art. Einfach leise sein und keine, Art. Einfach leise sein, dann komm auch kein Problem, okay? Ja, okay, dann bin ich leise. Mann, das haben alle gegen mich. Ich hab dich gehört. Was? Ich hab gesagt, man haben alle gegen mich. Das kann ich dir beantworten. Ihr Haus, mein Haus. Ich mach's so, ich, 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 ich. Ich mach's so nicht so. Äh, Arthur, was für Haus, dass es eine Orbit würde? Ja, ist mir jetzt egal. Wer sollte aber auch. Ah, mir ist so langweilig. Nein, mein Holz. Alex, verpiss dich. Junge, der Klotz Eiskalt eisen, dachte ich erst mal. Ach, Alex, dachte ich. Dachte ich. Weiß nicht. Ich hab, ich hab gesehen, dass da was, äh, gefehlt hat halt. Hey, hat jemand eine Schuttplatte, schuttplatten? Schuttplatten. Ich hab's glaube ich. Schuttplatten, äh, Spiele. Ich hab's. Ah, ich hab's. Ich hab's. Nicht meine 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 es. Herr, hört mal auf. Sonst für nicht jemanden. Hallo. Das ist jetzt so. ein paar ein paar ein paar er Prozent er tut sich und ein Pferd und und ein Pferd zugemacht Prozent Prozent k k weil das nur ein Erdlob der Nebenwahl ist der Zeit aber seit der vier jüngsten die die Ard Ard an der Erdbeeren ja schon ist gut Alex bis nach ich weiß du hast ja stop Junge Tara eh Alex er bekommt mich nie jump jump wer er was für heck Alex welcher heck Junge du Arsch ich kann dich nicht kennen weil du als mein Freund markiert bist als ob ja ich hab mich in Wolfram Advin benutzt die ganze Zeit warte mal halbjump ja du hast dich so jetzt jetzt bist du nicht mehr mein Freund oje so so er ist so ich habe ein Freund ich bin 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 ausgerechnet der Richtige ich bin du auch gleich der in der Luft ich bin ich bin ich bin jetzt den letzten wirkenbaum dann nehmen wir alles von uns mit ich habe dir geholfen das was geht du kriegst mich nie Der fliegt nicht, der hat ein Jesus. Oh Mann, bei mir funktioniert das Bier. Oh je. Und da, und Alice. Hey, wo war er? Ich war nicht falsch. Moderator. Der Moderator muss auch gekillt werden. Junge, wenn du ihn noch einmal schlägst, schlagst du. Du hast drei. Jetzt ist es eins. Jetzt ist es ein halbes. So. Halima. Der ist weiter, ich will ihn. Das ist kein Cheaten. Das ist ein Wolfram. Oh. Das ist kein Wolfram. Das heißt eben Kryptonit, glaube ich. Ja doch, Kryptonit. Und überhaupt, das ist Gleid. Gleid oder Fly? Nee, Gleid. Und hier. Oh. So, besser. Jetzt bin ich dran mit Hecken. ich mache ich habe und gleich, das wird voll umfällig oh, jetzt pack ich, jetzt pack ich ahhh Hilfe! warte, warte, ich pack lass mich in Ruhe das war noch nicht klar ok, hier mache ich eine kurze Pause na 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 da so, fiss dich da bist ja, ok, einmal noch töten und dann hören wir auf fiss dich warte mal kurz so, ich will kein, ich will kein richtiger Hacker sein so, jetzt euch auf warte, mach halt, jump aus hey, Leute, ich würde sagen, wir lassen ja, ich werde die Aufnahme stoppen, Junge, das reicht langsam ich hoffe, ich hoffe, ich habe das, was ist so, er ist gestorben ähm ähm d d d d du weißt, das ist ach, egal ok es tut mir leid, genau es tut mir leid, zwar es tut mir leid, zwar es tut mir leid, zwar ich hoffe, ich hat, es tut mir leid, ich muss ich gerade Wir stellen das eh nicht auf YouTube an. Du auch.